Okay? Ja. Momentan befinde ich mich mitten in den Trainingsvorbereitungen für den Bridge-Song Great 10K mit 13 anderen Leuten, die noch nie 10 Kilometer in ihrem Leben gelaufen sind. Alright. Whenever you're ready. Let's do it. Good luck! Ich verfolge den Traum, ein langes, gesundes Leben zu leben. Ich verfolge meinen Traum, meinen Schweinehund zu besiegen. Der Tod meines Vaters hat mich wachgerüttelt. Mein persönlicher Kampf ist, dass ich mir zu wenig zutraue. Ich verfolge meinen Traum, mein Gewicht zu reduzieren, damit ich mich endlich wieder wohlfühle. Mein Traum ist es, fest in meinem Leben zu stehen. Wieder richtig fit zu werden. Mit meinem Freund laufen gehen zu können. Ich verfolge meinen Traum, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen, trotz meiner chronischen MS-Erkrankung. Jeder hat andere Beweggründe, warum er das Ganze macht, aber letztendlich haben wir alle das gleiche Ziel und daran werden wir festhalten, egal was kommt. Ich verfolge den Traum, endlich wieder stark zu sein für meine Familie. Nach meiner Hüfte-OP den Bridgestone 10K zu schaffen. Ich verfolge meinen Traum, egal was kommt. Ich verfolge meinen Traum, egal was kommt. Egal was kommt. Egal was kommt. Ich verfolge meinen Traum, egal was kommt. Aber was ist dein Traum? Ich verfolge meinen Traum, egal was kommt. Ich verfolge meinen Traum, egal was kommt. Vielen Dank.